Er liebt einfach alles auf sein eigenes Auto. Er hat wirklich nie jemanden seinen Auto getrunken. Ja, wir wollen jetzt den Vater gleich machen. So, was haben wir jetzt hier eigentlich? Oh, die davon. Hi. Okay, wir brauchen Finde Tom Kanne. Okay, alles gleich. Ist immer süß, dass die Namen die immer geben wollen. Wir brauchen die Reservekanister, wo ihr Benzin auffüllen könnt. Der wird ja bestimmt nicht hier sein. Aber auch hübsch hier. Unsere Bleibe. Nicht schlecht. Schöner Geschmack. Ähm, der Reservekanister. Reservekanister, Reserve. Hier das Werkzeug. Muss der hier irgendwo sein? Achso, hab ich schon gesagt. Äh, ja, ja. Freude, gute Laune und damit hallo. Herzlich willkommen bei einem wunderschönen guten Tag zu einer neuen weiteren Folge von meinem Footwork-Simulator. Da hab ich jetzt vollkommen vergessen, euch irgendwie erst noch willkommen zu heißen. Das ging jetzt hier aber auch ratzefatz los. So, haben wir. So, und jetzt filmen wir den hier auf. Kennen wir hier so ein bisschen von Gas-Station-Simulator. Oh, guck mal. Äh, achso. Oh. Okay. 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 So. Okay, mach meine Pause. wurde auf diesem wunderschönen sofa hier gefällt mir so jetzt sehen wir uns schön hin ein bisschen mucke also geschmack haben wir auf alle fälle what the fuck hey 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 teilnehmer was ist mit dir los ja ja ok 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 warte warte hier schnell schließen ok dennis dieser wichser so album geht's gut ja ja ich will doch hier ach ja äh der brett immer noch oh hier was ist das denn für einer lass mich hier raus ach ja ach so ich muss aus der garage entkommen äh hat der echt unseren truck abgefucket oder wat wo muss ich denn lang hier gehst einfach hier lang na ach da muss ich gar nicht lang bin ich tot oh nein oh mein gott oh good god there's nothing left hey kid i how are you holding up clara i lost almost everything you are not alone i'll do my best to find a way to cover the damages have you got any money left yes i have some savings then the first step should be cleaning the mess inside the garage use your pc to start ey was ist mit dennis der muss ins gefängnis der muss ins gefängnis ach ja dennis wird das unser rivale oder was natürlich kennt man ja die oh mein gott das sah mal hier schön aus oh weia dennis kommt mir schon damit davon der kennt sich gerade eines fäustchen so kennen wir den dennis der macht mal seine späße verrückte welt hier okay also hui aber es ist ein schöner einstieg muss man echt mal sagen so dekoration okay also erstmal alles säubern wird ja auch nicht mehr viel geld übrig wa und der kann man die aufwerten ist natürlich auch keine schlechte sache ich glaube wir waren das schöne ist am anfang hat man wahrscheinlich gesehen wie weit es gehen könnte wie schick es aussehen kann so workshop kann ich nicht noch okay gut dann heute nicht äh man 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 das heißt äh ein neuer auftrag ach hier luciano ok was aber alt ist ein bisschen spannender hier ja sehe ich ach guck mal luciano da da ist er so job annehmend teste dein geschick mit einem unbegrenzten menü im neuen food truck gebiet das ist derjenige im bezirks okay aber dazu brauche ich einen food truck also wahrscheinlich müssen wir erstmal kleinere aufträge annehmen um zum beispiel ja uns sachen leisten zu können mit zum Beispiel unseren eigenen food truck ja luciano ah den typ lebt bestimmt jeder das ist doch wie eine riesen pizza boah ach so wie das eigentlich ist Welcome to my small slice of the world, boy. Wow, not that small. You have a lot of equipment here. Ah, of course, because I serve almost anything you can imagine here. Mm-hmm. Looks like I'll have a lot of learning to do. For sure. Moreover, you will be able to start from the most beautiful thing. Which is? The Italian cuisine, of course. Okay, I should have guessed that. Time to work. The first order is awaiting. See the oven at the end of the food truck. I think so. Use the red button to turn it on. Keep in mind that it's powered by gas. Äh, 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 ja, 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 gas. So, erst mal was soll ich jetzt hier drücken. Äh, schalt den Ofen an. Hier, ach ja, okay. Aber... Oh, Madonna. What's wrong? It doesn't work. First, insert a gas bottle in its place. Sorry, boss. I forgot. Don't be an amateur, boy. Äh, wo hast du denn? Äh, 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 is immer ganz nett. Äh, wo ist ja die Programmgasflasche. Asia, amerika, saucen. Oh. Äh. Nein, 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 nein. Warum habe ich jetzt die Ölfleische in der Hand? Meine Hände sind voll, ja. Warte, das ist nicht mein Öl. Ach, die steht da oben, ich dachte, das wäre ja, ach, okay, jetzt habe ich es. So, haben wir. Sag mal, Luciano, hast du irgendwie auch Licht hier, ist ein bisschen dunklig, schummrig, wa? So, erstmal jetzt den Backofen anmachen. Oh, ich sehe schon, ja. Ach, cool, guck mal, verdient wirklich einen Grat. Okay, wo kann ich es finden? Ah, hier, guck mal. Alles klar, alles klar. Das heißt, lege den Pizzateig auf die Arbeitsfläche. Haben wir Pizzateig hier? Champignons, nee. Schinken. Ach, das rohe Pizzateig sieht aus wie Dingsabumster. Gut. Uh, Luciano, the dough is on the table. What now? It is hard to handle the dough without good equipment. I left you a rolling pin. Take it out and get to work. Okay. So. Das heißt, wir brauchen, ich muss unbedingt mal die Steuerung einstellen. Äh, ja, was soll ich machen? Okay, ja, ja, ich hab wirklich viel gemacht. Tomatensauce. Soße, Soße, die Tomato. Hier. Hab ich mir schon fast gedacht. Oh, schön in Gläser abgefüllt. Das ist natürlich richtig gut. So. Das kommt jetzt hier rauf, oder wat? Achso, das kommt da rauf. Ein Wooden Spoon, also ein Kochlöffel. Haben wir. Okay. Gut, äh, hier geht's ja mit der Maus nur, wat auch immer. Ach, guck mal, das sieht gut aus. Perfekt. Don't forget to add a few pieces of cheese to. Okay. Pick up some mozzarella. Cut it into four equal pieces. And add on top of the pizza. Okay, mozzarella. Das machen wir jetzt hier hin. Dann nehmen wir jetzt unser wunderbares Kochmesser. So, heißt, äh, wir machen da. Steige Mozzarella-Käse. In vier Stücken legen wir Mozzarella-Scheiben auf die Pizza. Okay, das kriegen wir hin. So. Oh. Zack. Vier Stücken. Zack. Aber ich liebe es auch, Mozzarella so zu essen, wa? Oh. Warte, wir haben nur drei Stücke. Zack. Zack. Ah, okay. Machen wir also hier rauf. Da rauf. Wie viele Scheiben? Doch alle rauf machen, oder was? Hat das nicht was von vier Scheiben gesagt? So. Luciano, ich denke, ich habe alles. Jetzt, schau die Pizza-Pille. Preparate Pizza. Kann nur mit der Pizza-Pille. Kapisch? Ich werde das in mir nehmen. Great. Äh, was soll ich mal nehmen? Warte mal. Wenige Pizza? Ach so. In der Tab. Ja, ich muss leider wirklich einiges hier noch ein bisschen umstellen. Zeit, um unsere Beauty zu machen. Ich kann nicht erwarten, um es zu sehen. Erinnern. Wenn du Pizza machst, musst du die Pizza machen. Wie wissen Sie, wie werden seine Pizza eigentlich hier haben? Ah, hier. Aber cool, was wir eigentlich hier machen können, wa? Ach so, ja, die Hände sind voll. So. Zack. Schublade. Ja, ja, ja. Machen wir. So. Es ist durchgebackene Pizza, ja. Okay, 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 okay. So. Hier, mein Freund. Pizza. Pizza. Mua. Monte bene. Buona sera. Rarri Vidaici, mein Freund, hier. Gesamtes Geld. Oh, wir haben sogar Trinkgeld bekommen. Obwohl wir so langsam waren. Nicht schlecht, Herr Specht. Das Leben ist so wunderbar. Denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt. Für ne besondere Zeit. Bis bald. Bis bald.